Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir warten alle gespannt auf Season 2, ich denke ihr genauso wie ich. Und es gibt jetzt ein paar kleine neuen Informationen, eigentlich auch nur eine kleine Information, aber ich finde die sollten wir auf jeden Fall schon mal ernst nehmen, bevor der Entwicklertalk am Mittwoch stattfindet. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Diese Woche, Mittwoch um 20 Uhr, findet ein Entwicklertalk statt. Das ist was anderes als diese Campfire Talks, hatte ich im letzten Video schon erklärt. Dort wird wirklich Content gezeigt, der reinkommt in Season 2, da bin ich extrem gespannt drauf. Und eine Sache wird wohl sein, die Änderung an den Weltbossen, denn es gab auf Twitter eine Frage, ob wir dort irgendwelche Änderungen sehen werden, bezüglich der Weltenbostimer. Es gibt ja schon Third-Party-Seiten, wie zum Beispiel helltide.com, wo man die Bostimer sieht, wann ein nächster Boss stattfinden wird und auch wo der stattfinden wird. Es ist ein bisschen doof, dass sowas über eine Third-Party-Seite gelöst wird und ich denke, dass da auf jeden Fall was sich ändern wird. Rod Ferguson hat darauf geantwortet, oh you are going to like the streams, also wird es wahrscheinlich irgendwelche Informationen bezüglich der Bostimer geben. Ich finde, es macht keinen Sinn, dass es nur 30 Minuten vorher eine Information gibt, wo ein Boss stattfindet. Ich habe schon ganz oft zur aktiven Zeit verpasst, einen Boss zu sehen und dann auch zu bekämpfen, vor allen Dingen, weil es auch diese Boss-Truhe gibt, die man sich alle drei Tage abholen kann. Ist das schon ärgerlich, wenn man da einen Boss verpasst, je nachdem wie viel man spielt, weil die ja auch nur alle sechs Stunden oder alle sieben Stunden kommen. Außerdem vielleicht etwas zur Änderung der Boss-Timer an sich, weil manche Regionen der Welt das Problem haben, dass Bosse ganz oft nachts stattfinden, nicht wie in Europa morgens, mittags, abends. Dass da vielleicht auch mal ein bisschen Unterschiede gibt. Da wären wir bestimmt Änderungen zu sehen. Und als zweites eine Änderung, wo ich nicht weiß, wo dieses Bild herkommt. Aber dies soll ein Leak sein zu Internas von Diablo 4 bzw. von Blizzard. Und hier steht, dass Diablo 4 die meisten der Originalentwickler verloren hat, die für die Entwicklung des Spiels zuständig waren. Und das Saison-Team jetzt quasi übernimmt, was ja Sinn ergibt, weil zu Beginn des Spiels und gerade auch die ersten Wochen, wir haben das gemerkt mit den ganzen Hotfics, mit den ganzen Bugs und so, war dort viel Arbeit zu tun. Das fällt jetzt weg und das Saison-Team kann jetzt übernehmen, wird sich um die Seasons kümmern und jeden Bug, der dort stattfindet. Und die Entwickler, die Diablo 4 entwickelt haben, kümmern sich um Expansion. Wurde ja schon bestätigt, dass wir jedes Jahr ein DLC bekommen. Ob kostenpflichtig oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber es soll auf jeden Fall jedes Jahr ein großer Content-Update kommen. Unabhängig von den Seasons. Und da werden dann die Entwickler die meiste Zeit drauf hinarbeiten. Wir zocken ja aktuell im Stream relativ viel Diablo 3. Dort ist ja jetzt die Season 29 am Start. Muss ich echt sagen, viel mehr Umfang als Diablo 4 Season 1. Ich weiß nicht, welches Level bist du denn? Oh mein Gott! Ich meine, man kann jetzt eine Season 29 nicht vergleichen mit einer Season 1. Eigentlich sollte eine Season 1 ja eigentlich viel mehr frischen Wind bringen. Hat sie sich nicht so angefühlt. Nach einem Monat ungefähr waren die meisten von euch und auch ich durch mit Season 1. Wir warten jetzt alle auf Season 2. Mein Tipp an euch, spielt nochmal Season 29 bei Diablo 3. Fühlt sich extrem gut an. Es gibt viele coole Klassen, viele coole Builds, die man spielen kann. Und viel Endgame-Stuff, den man machen kann. Man weiß manchmal gar nicht, was man jetzt machen soll, um weiterzumachen. Endgame-Content gibt es da echt ohne Ende. Egal ob es Netherland-Portale sind, Kopfgelder, Bosse und, 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 und. Ich selber bin kein Diablo 3-Profi, habe das nicht so viel gespielt. Deswegen bin ich da mit der Community immer dran, da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab. Ansonsten, wenn ihr am Mittwoch dabei sein wollt, werde ich auch live streamen. Oder einen Tag später gibt es dann die komplette Zusammenfassung vom Entwicklertalk. Der soll wahrscheinlich so um die 2 Stunden gehen, wird auf jeden Fall sehr viel Content sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf dem Kanal da lassen. Würde mich sehr über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.